ich bedanke mich sehr an dem intro von healthy tv und werde jetzt erstmal mein normales erstes minecraft als 1 weiterführen das ist ja die welt mit let's play mit viel erz sonst würde ich am ende noch ein paar infos machen ich bin hier auf jeden fall in die welt jetzt in der welt jetzt gespawnt da habe ich jetzt truhe und so weiter habe die ensel ein bisschen begradigt jetzt habe ich hier relativ nervigen regen den ich jetzt nicht direkt abstellen kann wollen aber ich ja auch leider keine aber sonst hier in der truhe ein bett reingepackt nein aber auch keine wolle kann ich den regen nicht ausschalten leider nicht ausgeschaltet hat hier allerdings ein diamantschwert gegen die spinnen hier vorzugehen aber das ist zu wenig fps in diesem regen müssen wir sonst vielleicht die grafikeinstellungen runterstellen hier während des regens um die fps rate nicht so niedrig gelassen und da spawnt ja einiges ein skeletten creeper das skelett sollte so attaquieren dass es den creeper auch attaquiert ahhh klappt hier nicht die verschwindet jetzt in wasser explodiert jetzt kann es nochmal explodiert ich werde erstmal ein haus versuchen zu bauen habe ich hier setzlinge ja ich habe setzlinge ich kann also hier jetzt mal ein birkenholz haus bauen ich grabe das hier nochmal ein tiefer also das ist ja kein normales minecraft let's play was ich mache das ist jetzt halt 23 aber kein völlig normales let's play das ist ja mein normales let's play wo ich jetzt 47 teile habe wegen 47 abonnenten dieses eine video um ein bisschen aufruft mehr abonnenten und so weit habe ich jetzt unbenannt warum bekomme ich so wenig aufrufe da sind jetzt drei daumen nach oben und null daumen nach unten das ist natürlich auch besser als zwei daumen nach oben und einen daumen runter boah diamant und jetzt wird hier hell aber durch diese sichtweiten verkleinerung habe ich zumindest nicht zu viele fps einbrüche was natürlich die let's play qualität stören würde allerdings mein mikrofon ich spreche gar nicht mit meinem mikrofon ich spreche ganz normal einfach so ganz normal ohne mikrofon ich möchte nämlich noch nicht wie ich das mikrofon dann hinlegen würde oder hinlegen müsste damit ich die aufnahme perfekt machen dann also die let's play qualität zu perfektionieren also mit priorität auf hoch festlegen geht das nicht weil dann Open Broadcaster Software nicht mehr richtig aufzeichnet da wird ein mega lag aufgezeichnet ich würde zwar flüssig lehnen aber die aufnahme wäre dann nicht nicht gut aber ich versuche hier ein Birkenholz aber wenn ich hier verhungere dann bin ich ja so weit weg hier jetzt würde ich mir erstmal die Koordinaten notieren also in den ich hier in den Chat schreibe 4.295 65 und 2.366 ich guck mal kurz wie lange ich schon aufnehme 4 Minuten und Inventar schon wieder relativ voll aber ich will ja hier die Birkenholzhaus hinsetzen das soll ein relativ großes Haus aber erstmal anfangs ging das erste mal ein bisschen kleiner den See werde ich wahrscheinlich auch zumachen da werde ich den dann komplett mit Erde zubauen das ist schon Part 23 aber ich habe sozusagen bei Part 21 ein Neubeginn gemacht und seitdem steht hier immer noch kein Haus also ich bin nicht wirklich vorangekommen aber ich hatte hier war ein Wald abgerollt also hier war es relativ waldig auch jetzt hier erstmal die Erde hinsetzen den kann ich ja nicht direkt abstellen aber ich glaube die Cheats dürfte ich aktiviert haben damit ich nämlich wenn ich sterbe mich hierher teleportieren kann weil ich hab mich ja hierher teleportiert weil ich kriege nämlich auch schon Hungerschaden die Nächte dann in Zukunft in ein Haus dabei spitzer gebräunig aber eine vierten Holz brauche ich mach das Haus mal in der Größe so erst einmal wird natürlich noch größer gemacht guck mal welche Größe ist das denn hier 1 2 3 4 5 6 7 8 das heißt das müsste ich hier machen der wäre dann daneben ich muss die Axte mal kurz holen und habe nur noch eineinhalb Herzen ich werde jetzt runter gehen bis auf einen halben Herzen weil ich jetzt spiele ich das gerade auf normal weil schwer würde ich ja direkt sterben deswegen lasse ich das immer auf normal aber ich habe auch gesagt 50 Abonnenten dann kommt auch mein Minecraft Hardcore Let's Play ihr habt ja im Moment noch gar keine Teile aufgenommen aber im Moment kommen eher weniger Parts da im Moment das Uploaden ein wenig langsamer ist und ich bin ja auch im Praktikum deswegen habe ich auch nicht so viel Zeit also ich habe noch mal so etwa 2 Stunden sag ich mal Zeit um zum Beispiel Freizeit für Videos aufnehmen also 4 Videos für Youtube herstellen jetzt darf ich nicht hier direkt runter fallen dann bin ich am am will ich nicht sagen dann bin ich tot also muss ich das anders machen hier hier ist mal so ein kleines 8x8 Grundgerüst wo es eine 6x6 also 36 Blöcke große Innenfläche ergibt und jetzt habe ich noch ein Stack also ich habe das Holz dann relativ gut gebraucht wird natürlich ein bisschen was übrig bleiben zu ist es schon mal Axt hier könnte ich dann die Löcher reingraben für Fenster dann sollte ich die Fenster rein ich mache das gerade mal so oder ich mache das durchgängige Fenster hier muss ja nur so alles abbauen durchgängige Fenster dann bräuchte ich dann hier 10 10 18 28 28 28 brauche ich dafür dann 28 wie heißt der Block denn nochmal Glas hier ist ein bisschen sind drin nein das ist natürlich immer Sand weil ich will erstmal die alles hier nach ins Haus reinbringen Ofen rein die Ruhe bleibt da erstmal halbes Herz ist natürlich ganz schön riskant hier Ofen Kohle rein und was wollte ich noch machen ach eine Kraft in die Table wieder rein und eine weitere Truhe hier reinsetzen zack ich muss erwarten dass die 28 gebrannt sind das blende ich wieder aus Tür brauche ich hier auch da sind es 3 da sind es 2 da kann ich also lieber eine Doppeltür rein machen damit das symmetrisch ist man kraftet ja sowieso 2 oder 3 sogar jetzt machen wir nochmal 2 Druckplatten jetzt hat man da auch Birkenholzbruch vielleicht mal raus machen und habe ich noch ein paar Samen nein habe ich keine Samen habe ich die welche auch keine die Fläche von 80 Blöcken kann man ja beim beackern also ich werde am Ende das nächste vermeintete Part also 48 natürlich Teil 23 vom Custom Art 1 was natürlich von dem Intro macht dann natürlich den Arbeitsaufwand ein wenig höher das sind jetzt die 4 Blöcke ja ich bin 4 Blöcke ich sollte erstmal natürlich die Nahrung holen die Samen hier kann ich ja immerhin welche züchten Knochen habe ich 2 das würde aber nicht reichen weil ich ja ein paar Karskelette ja gekriegt hatte es wird bestimmt auch bald wieder dunkel da sollte ich dann erstmal in Sicherheit gehen Lavaeinwand könnte ich aber auch gerne mitnehmen also einen Eimer mit Lava füllen dann habe ich jetzt einen Eimer mit Wasser und einen Eimer mit Lava und jetzt kann ich hier 6 Samen die ich hier gerade geerntet habe schon mal hinsetzen hier ist das Haus natürlich nur das Grundgerüst 17 sind schon mal fertig das dauert noch ein bisschen bis alle 28 fertig sind bloß noch eventuell ein paar Verbauer bloß noch eventuell ein paar Verbauer ah ich brauche noch 11 dann ist ja auch 17 fertig aber ist noch keine Abenddämmerung sichtbar da wird nichts gedroppt also die Insel bin ich hier schon am Ebenen also wie in Ebenen könnte ich hier eigentlich auch schon weitermachen wo die vielleicht immer mal ein ganz großes Haus entstehen kann dann würde ich das Karmland dann woanders hinsetzen also erstmal für die Beginne da für die ersten sag ich mal 25 Parts also bis Part 25 nein weiter bis 40 Part vielleicht wenn ich hier noch so lange bleibe und der Regen hat aufgehört ich kann auch die Grafikeinstellung wieder ein bisschen höher stellen die Sonne geht weit unter die Sonne geht weit unter obwohl das auch nicht so fest ist das ist die Gold und Eisen aber ich kann mich da noch in Sicherheit bringen ich habe schon wieder einen weiteren Samen bekommen kann ich hier noch einsetzen aber da werde ich mir Haus zumindest vom Monstern sicher 12 Stück Glas fertig geworden das ist ein mehr als ich brauche na einer muss noch da hinten und das ist das ist zu viel der Rest kann erstmal das brennt noch 2-3 Stück obwohl hier kann ich ja den Boden noch ausgraben und hier kann ich noch ein bisschen besser aus und der Boden hier auch aus Bier und Holz versteht es ist nacht geworden und ich bin hier sicher im Haus und hier kann ich kein Monster angreifen oder es kann ja auch nichts spawnen ich bin hier die Fakkeln so platziert haben die immer an der linken Kante stehen so jetzt müssen wir noch das Birkchenholz geben ich sage mal Birkchenholz hier nochmal da hinsetzen es gibt schon zig Minecraft Flatplates aber weil ich ja hier auch noch am besten die beiden rausreißen wollte hier soll nämlich auch noch Birkchenholz rein natürlich ganz schön riskant hier jetzt mal hier die laufende Nacht da hinein bringen ein Glas da sind mehr Glas drin und jetzt mal rein da rein natürlich den Sand braun die Kollision nochmal wieder Binde ein bisschen riskant hier rauszugehen jetzt mitten in der Nacht wollen weil da ein Kiefer ist wollen weil da ein Kiefer ist Kiefer verbrennen lassen oh ich arme es hier lieber rein ich bin hier nicht sicher ich bin hier mir jetzt nicht sicher Wollen wir jetzt an Sympathie abwarten? Oder ich grabe mit... Na, was soll ich denn machen? Wir haben Nahrung. Immer so Nahrung will ich einfach reinigen. Vielleicht dann wird gerade nicht dieses lappes Lazuli-Zeug. Hier, das Eisen kann schon mal rein. Dann noch hier die Erde kann. Da werden wir schon mal weg. Dieses brauche ich auch nicht. Sand brauche ich auch nicht. Drinks brauche ich nicht. Eimer brauche ich nicht. Tür brauche ich nicht. Das Inventar ist wieder relativ leer. Da sind aber auch keine Tiere. Also ich kann ja dadurch keine Nahrung bekommen. Weil auch kein Tier da ist. Die müssen wir sonst hier runtergraben. Und natürlich nicht hoffen, dass sie aufs Skelette stoße. Weil ich will eigentlich die 20 Minuten noch voll bekommen. Dazu brauche ich dann erstmal noch ein bisschen graben nach unten. Lappes Lazuli und Diamant ist hier. Ich baue es da lieber zu. Da ist da eine Höhle. Lappes Lazuli-Erz. Die sind die erste Arten da bunt gemischt. Als es beim zweiten Customized Let's Play. Sind sie hier beim ersten Customized deutlich durcheinander gemischt. Und es gibt aber trotzdem noch solche Flächen. Die gibt es ja unten nicht. Beim zweiten. Also Flächen groß. Solche großen. Verhältnismäßig großen Flächen ohne Erd. Da ist ja fast alles aus Erd. Alles was unterhalb von 70 ist da. Das ist alles aus Erd. 99,99% aller Blöcke bestehende aus Erd. Die sind so um die 80%. 80% 80% 80% ist 90% Das ist deutlich weniger. Zombie. Grab einfach nur so runter. Da müsste ich hier eine unteregelte Farmer aufbauen. Um irgendwie mal meinen Hunger dann hier stillen zu können. Also. Es ist natürlich nicht gut, dass mein Hunger jetzt ganz runter gegangen ist. Und ich einfach nichts zum Essen habe. Und dass ich die ganze Zeit auf dem halben Herd leben muss. Und jetzt hier auch. Morgen geht es langsam runter. Ich würde den Part schon verenden wollen. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Dann zeigt es mir Sachen, die wir gut tun. Also. Ich hoffe mal. 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 Ich hoffe mal.